Um 21.20 Uhr in ORF2 präsentiert Leona König im Finale ihrer Show die Goldene Note gemeinsam mit Norbert Oberhauser neun hochbegabte musikalische Talente des heurigen Klassik-Nachwuchsförderpreises. Wir haben großartige Talente, wir haben fantastische Jury, wir haben unglaubliche Preise. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Was ist dein zweitgrößtes Talent? Das ist eine super Frage. Wenn ich das erste wüsste... Ich spiele Fußball. Fußball? Ja, genau. Welche Position? Stürmer. Mittelfeldstürmer, Kopfballstar, Kopfballungeheuer. Drachensteigen. Ich spiele übrigens auch Geige. Was ist denn das? Dass ich, also ich kann sehr gut kochen. Uh, also ich könnte eigentlich sehr gut tanzen. Ich kann auch sehr gut überzeugen. Ich kann Schkotten in warme Milch dunken, ohne dass sie abbrechen, wenn ich sie rausziehe. Schon mal probiert, das ist sauschwer. Ich zauber. Hier ist nix drin. Meine Hände sind also leer. Und dann bam, 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 bam.